Hey guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. Ich bekomme das Schloss, ähm, wie kann ich Andy ablenken? Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Hey there, Andy. Yeah? Hast du einen Schraubenzieher? Danny meinte, er braucht etwas. Hast du einen Schraubenzieher? You got a screwdriver? For what? Uh, never mind. Danny meinte, er braucht etwas. Danny meinte, er braucht etwas. Und hast du gesagt, was? Shit, uh, uh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Sorry. Alright, alright. Geh gleich zurück, Doc. Alles klar, schon. Dann haben wir ihn abgelenkt. Und... Ich glaube, wir brauchen einen Schraubenzieher. Okay, let's do this. Ah, du Arsch... ähm, du Idiot. Dann müssen wir irgendwas finden, um... ...dass, ähm, Danny benötigt noch mal mit ihm reden. Hey, there, Andy. Okay. Ähm... Danny benötigt schon wieder etwas. Nein, das... Ich versuch's mal. Okay. Okay. Dann müssen wir irgendwas finden, um, dass, ähm, Danny da rausbringt. Aber was kann das sein? Heuballen? Ach, Neuballen. Larry? Vielleicht hat er eine Idee, oder Lilly? Geh's, boo. Hello, Larry. So, Larry, it, äh, looks like you get along with Brenda pretty well. You know, for a nice change of pace, how about you try and mind in your own fucking business? Oh, der kann nur meckern, der alte Mann. What's going on, Lee? Did something happen? Irgendwas ist faul mit der Scheune. There may be something going on with that bar. I'm telling you, Lee. The longer we stay here, the more trouble we're getting ourselves into. And what exactly do you think I'm supposed to do about it? If you want to go in there and start rooting through other people's shit, then get to it. But if it's up to me, we should just take our food and go. Worüber hast du mit Kenny gestritten? What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. No, ich glaube ihm. But you told him to mind his own goddamn business, right? We are guests here. We don't need to be overstaying our welcome more than we already are. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Was dein Dad angeht. Hey, uh, can I talk to you in private for a second? Okay. It's been three months. Your dad still treats me like I'm a son of a bitch. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. So is der eben. Also is er das Arschloch? Behandelt er dich auch so? Wie kommst du mit ihm klar? How do you put up with him? Look, my dad can be an ass sometimes. I know that. But he's not a bad guy. He just... He's got a lot of pain. Yeah. He's been through so much. And lost... Pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap. That's just because he's left one thing left to care about. So don't judge him. Don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Naja, alles klar. Ich denke, sie verstecken etwas. Hm, das hat uns nicht viel weitergebracht. Also man hört im Hintergrund genau, dass es donnert. Ah, ich hab ne Idee. Vielleicht, wenn ich irgendwie den Generator manipuliere. Power switch. Ja. Access. Control pain, alles klar. Das schalte ich dir mal aus. Warte, 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 warte. Da war doch irgendwie sowas. Wie ein Arbeitsding. Werkzeugkiste, genau. Die wollte ich. Die hab ich gemeint. Nicht Arbeitsding, sondern Werkzeugkiste. Hm. So, da muss doch ein... Da ist kein Schraubenzieher. Naja, die können wir immer nehmen. Die Multifunktionszange. Das muss sein. Das ist bestimmt genauso gut wie ein Schraubenzieher. So, vielleicht können wir da was jetzt aufmachen. Perfekt. Nein, ich glaube rein langen würde ich jetzt nicht. Ja, ja, ähm. Ich Idiot. Alles klar, schon dann. Jetzt kommt er wieder raus, der Idiot. Ja, alles klar, na dann. Jetzt bin ich mal gespannt, was da... ...hinter der Scheune auf uns wartet. Die letzten paar Minuten waren ja jetzt nicht so wirklich, ähm, spannend. Aber ich glaube, das ändert sich jetzt. Ich hoffe's zumindest mal. Södelchen. Ab nach hinten. Ich glaube, Kenny muss ich jetzt nicht sagen, dass ich nach hinten gehe. Okay, das zieht er schon. Und es hängt wieder. Alles klar, schon. Dann wollen wir das doch mal aufschrauben, ne? Und sehen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. So, die letzte. Oder auch nicht. What the... Alter. Wow. Was zur Hölle ist das? What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still got to do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So, you see, nothing to worry about. Nein, Alter, das glaube ich nicht. Da ist irgendwas faul. Da ist irgendwas stinkfaul. Oh, Brenda, du bist ein Angel. Oh, Gott. Ich will sehen, wie es Mark geht. Und ich höre an, wie es Mark geht. Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around on the dirt all day. Das sind Flecken. Blutflecken. Okay, das wäre ja jetzt noch nicht so schlimm. Er hat ja stark geblutet, aber... Ja, das hat sie gesagt. Umso mehr wundert es mich, dass hier kein Mark ist. Morphium. They need so much Morphine for. Okay, das ist ja medizinisches Zeug, alles klar. Müdeimer. Das frage ich mich auch. Stromkabel, das nehmen wir doch mal gern. In die Hand. Vielleicht können wir es jetzt sammeln. Aha, da ist ein Licht. Kann sein, dass... Ja, halt die Fresse. Vielleicht haben wir ja da ein Hinterzimmer, hinter dem Schrank. So wie ich es mir gedacht habe. Alles klar, jetzt bin ich mal gespannt. Alles klar, jetzt bin ich mal gespannt. Alles klar, jetzt bin ich mal gespannt.